Oh, draußen ist es immer noch zu windig zum Ballspielen. Norman Price zieht am Verteidiger vorbei und er täuscht den Mittelfeldspieler mit einem gekonnten Manöver und er schießt. Oh je. Oh, Feuer in Dillis Supermarkt, oh. Feuer im Sparpreis Supermarkt, Sam. Erheilt euch. Schnell Elvis. Anschein? Oh. Schnell weg. Ganz ruhig, Dillis. Er ging auf einmal los, ganz von selbst. Ich sehe gar keinen Rauch und verbrannt riecht es auch nicht. Erst mal den Alarm abstellen. Hm, ich bin zwar kein Detektiv, aber der Feuermelder ist sicher nicht von allein angegangen. Oh, das war Norman. Oh, dieser Bengel. Da kommt Tom. Hallo, ihr beiden. Was ist denn hier passiert, Leute? Ich denke, das werden die Möwen gewesen sein. Vielleicht hatten sie ja Hunger. Es könnte auch ein Fuchs gewesen sein. Ich habe gerade einen bei der Bergwacht gesehen. Oh, ich liebe Füchse. Die sind so, naja, fuchsig. Die gute Gwendolyn ist einfach verrückt nach Tieren. Aber das ist doch schön. Mir geht's auch so. Ähm, hast du vielleicht meinen Fußball gesehen, Mom? Den habe ich versteckt. Und du weißt auch sehr gut, warum. Warum? Was habe ich denn gemacht? Du hast damit den Feuermelder ausgelöst. Nein, aber ich doch nicht. Norman Price? Da wären wir. Mike, du musst unbedingt deine Bremsen reparieren. Ich weiß, ich weiß. Genau das werde ich jetzt auch tun. Mike! Oh nein! Los, wir ziehen in den Berg rauf. Das wird sicher voll cool. Ich habe dir was zu essen mitge- Puppe? Puppe? Puppe! Wo bist du? Achtung! Fertig! Los! Gute Fahrt! Seht ihr? Vollkommen sicher. Jetzt bin ich an der Reihe. Aber dein Gurkart ist doch gegen die Mauer gekracht, Norman. Aber nur, weil die Puppe nicht weiß, wie man anhält. Tut mir leid, Trevor. Heute Morgen habe ich noch Keile unter die Räder gelegt. Ich verstehe nicht, wo die auf einmal geblieben sind. Achtung! Fertig! Los! Norman! Pass doch auf die Mauer auf! Norman! Benutz die Bremse! Welche Bremse! Norman! Oh! Norman! Oh! 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 Hilfe! Hilfe! Rot sieht man super, das... Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Oh, ich hoffe, Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg! Hm, sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Oh, Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Äh, ich meine Sir. Ich find sie. Butler, was machst du denn hier? Butler, wo läufst du hin? Butler! Sieh nur! Da ist Tom! Hilfe! Ich fürchte, ich kann hier nicht landen. Ich hole Verstärkung. Sam! Ich hatte das Gefühl, ihr könntet mich brauchen. Was ist das Problem? Mein Bein! Ich rufe Schwester Flad an. Warum geht heute eigentlich niemand an sein Telefon? Hallo? Oh, Butler hat mich hergeholt. Was ist denn passiert? Was für ein guter Junge? Lass mich mal sehen. Wir müssen ins Krankenhaus, um dein Bein zu röntgen. Tom! Wir brauchen hier unten dringend eine Trage. Geht klar, Sam. Gut. Passt auf, sie könnte pendeln. Sam wird dich begleiten, Liebes. Ich komme dann zum Krankenhaus. Tö, so eine wahnsinnige Aufregung und dein Bein ist nicht mal gebrochen. Verstaucht ist schlimm genug, James. Sam, du warst wundervoll. Und wäre Elvis' Lied nicht gewesen, säßen wir jetzt noch auf den Ponty-Pandy-Klippen? Rot sieht man super, das hilft dir in der Not. Denn klack mal was nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Was kann ich, Mom, bloß schenken? Ich bin leider nicht so gut im Basteln wie Dad und Sarah. Oh, ho, ho, sieh an, James. Verzeihung, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Äh, was ist das? Oh, mein Metalldetektor. Damit suche ich im Boden nach wertvollen Münzen. Sagten Sie gerade wertvolle Münzen? Ja, irgendwo in Ponty-Pandy wartet ein Schatz aus uralten Münzen seit langer Zeit darauf, geborgen zu wählen. Ich wette, die Münzen geben ein ganz besonderes Geschenk für jemanden ab, nicht wahr? Kann ich den ausleihen? Ich passe auch auf. Bitte! Du kannst es ja mal versuchen, während ich zu Mittag esse. Halte dich aber fern von den Klippen. Dort ist es sehr gefährlich. Ist gut, mache ich. Das tut mir wirklich leid. Durch mich hat Hauptfeuerwehrmann-Stil diese Münze verloren. Wir wissen gar nicht, ob es eine Münze war, Elvis. Und wenn es eine war? Ich muss den Fehler unbedingt wiedergutmachen, Sam. Verlorene Münzen sind sehr schwer wiederzufinden. Aber nicht, wenn man ganz genau weiß, wo man suchen muss. Ah! Nur eine Schraube. Es hat keinen Zweck. Ich finde nie so schnell ein ganz besonderes Geschenk für... Das klingt aber gar nicht gut. Ah! Ah! Ich bin nicht hier raus! Feuerwehrmann-Sans! Ach, das war ein Traum, Gwendoline. Und nun zu James und meinem Metalldetektor. Bis bald, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Nach so einem schmackhaften Mal wird das sogar sehr bald sein. Willst du das wirklich machen, Elvis? Auf jeden Fall. Meine Spardose ist voll mit Münzen. Hauptfeuerwehrmann-Stil wird sich riesig freuen, wenn er sie ausgräbt. Aber das sind gar keine alten Münzen. Schon. Aber sie sind wertvoll. Denn das hier sind Elvis-Münzen. Wo steckt nur dieser Ton nicht gut? Was? Rana-Tiger, bist du jetzt bei der Feuerwehr? Wenn er sich schon bei einer Papiertüte so erschreckt, wie wird er dann wohl erst auf das Feuerwerk reagieren? Hauptsache, er ist heute Abend nicht draußen. Keine Sorge, er bleibt hier. Also, Mike Flatt braucht ein paar Holzpfähle für das Feuerwerk, Kinder. Oh, im Keller liegen welche. Ich hole sie schnell. Nein, ich hole sie. Nein, ich. Hallo, Norman. James und Sarah holen gerade ein paar Holzpfähle. Hallo, kleiner Tiger. Hey, bleib stehen. Oh nein. Jetzt ist er weg. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy. Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich hab ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie. Los geht's. Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Band? Tiger. Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon. Oh, lauf, Sarah! Nein! Oh nein! Mein Werkzeug! Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein! Die Feuerwerksparty. Hoppla! Schon wieder! Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Krillington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt vorstecken mag? Oh je! Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman! Norman Price! Oh nein! Oh nein! Nicht schon wieder! He he he! Ich dachte, heute wäre Feuerschutztag, nicht Norman Price Verfolgungstag. Wenn ich nur ein Ort wüsste, wo Hauptfeuerwehrmann Stil mich nicht stört. Ah! Wer hat schon mal von einem Feuerschutztag in einer Feuerwache gehört? Hier wird mich Hauptfeuerwehrmann Stil nichts stören. Das ist das allerbeste Flugzeug, das ich je gebaut habe. Jetzt fehlt nur noch jemand, der etwas von Papierflugzeugen versteht. Schnipptischnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnipptischnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit stopfe ich im Bauch das Loch. Danke, danke. Vielen Dank. Na, Norman? Oh nein! Na, was verschlägt dich denn heute in meine Küche, Norman Price, hm? Gar nichts. Na ja, eigentlich wollte ich dir was vorführen. Was richtig cooles. Du wirst mich nicht an der Nase herumführen, Norman Price. Alles, was du hier suchst, weiß ich ganz genau. Ach ja? Ja, ich weiß, wie gern du alles wegnaschst. Was? Du lässt schön die Finger von meinem Herd und jetzt raus aus meiner Küche. Na los! Hoppidi, hoppidi, hopp, 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 hopp. Nein, ich wollte doch, ich... Ich muss, ähm... Ja, ich mache auch... Schnipptischnapp, Gemüsehack, das kommt dazu. Ein Topf, viel Topf, I love you. Schnipptischnapp, jetzt geht's ab, nur kochen noch. Damit schlopf ich im Bauch das Loch. Ah, Cridlington, wie sieht es denn mit unserem Essen heute aus? Noch nichts angebrannt, hoffe ich. Ich habe den Eintopf gerade angestellt. In einer Stunde ist er fertig. Ausgezeichnet. Feuerschutz macht nämlich ziemlich hungrig. Also wirklich. Hoppfeuerwehrmann Stil. Norman Price, ich habe ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden. Nicht übel, dieser kleine Flieger. Was ist denn los, Norman? Ach, nichts, Sam. Uuuuua! Ah! Norman Price! Oh, ohne Strom kannst du gar nicht auf deiner Elektro-Gitarre spielen, Elvis. Nein. Und Würstchen können wir ohne Strom auch nicht braten. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können wir doch noch raus. Ich werfe den Grill an, dann können wir die Würstchen darauf fertig braten. Ich helfe dir. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Papierservietten sind schon mal wichtig. Dann können wir die Würstchen mit den Fingern essen. Oh. Hallo? Oh, hi, Penny. Du willst mit Helen sprechen? Warte, ich gebe sie dir. Hallo, Penny. Tut mir sehr leid, wenn ich störe, Helen. Aber es geht um die Nase von Hauptfeuerwehrmann Stil. Er ist eben im Dunkeln gestolpert. Ich muss leider noch mal los, aber ich bin gleich wieder da, Mike. Hauptfeuerwehrmann Stil hat was mit der Nase. Fangt schon mal ohne mich an. Oh, endlich. Sehr gut. Jetzt können wir auch den Rauchmelder testen. Funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Hurra! Jetzt können wir doch noch im Garten feiern. Und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Mom! Oh, die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein. Du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen! Tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, da ist ein Feuer ausgebrochen. Und zwar im Haus der Platz. Oh nein! Das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Wir müssen gleich wieder los, Sam. Oh, das könnte sogar ich aufspüren. Na los, such ihn! Na, da bin ich aber mal gespannt. Hallo, Mandy. Wo ist denn Dad jetzt wieder? Er musste gleich weiter, nachdem er den Abschluss repariert hatte. Ich glaube, er hat eine Spur gefunden. Komm! Schnuppi, warte! Haha. Sieht aus, als könnte er Mike bis hierher riechen. Ich habe eine Bitte, Mike. Bevor du die Kellertreppe reparierst, könntest du da wohl erst diesen Kühlschrank runter tragen. Der strahlt hier oben schlechte Energie ab. Schlechte Energie? Davon habe ich noch nie gehört. Hä? Oh. Das ist Chopsui, Mike. Gwendoline kennt sich damit aus. Ganz genau. Und jetzt ist der Supermarkt fällig. Oh je. Komm schon. Mein Arm. Also langsam frage ich mich, ob Schnuffi überhaupt weiß, was er da tut. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. So wie ich. Mein Dad hatte wohl doch recht. Schnuffi ist in Wirklichkeit gar kein Rettungshund. Komm, wir bringen ihn zurück zur Feuerwache. Aus jetzt. Sei still. Halt, Mandy. Ich glaube, ich höre da was. Ach, Unsinn. Das ist der Wagen von meinem Dad. Hilfe! Dad! Dad! Was ist passiert? Bist du verletzt? Au! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flatt hatte einen Unfall. Er ist im Keller vom Kabeljau-Café eingeklemmt. Oh, es wird Rauch aus dem Haus der Flats gemeldet. Meiner treu. Es wurde gemeldet, dass Rauch aus dem Hause der Flats kommt. Ihr müsst euch beeilen. zu. Mrs. Price! Mrs. Price! Mrs. Price! Mrs. Price! Machen Sie auf! Wir haben geschlossen. Aber wir wollen unserer Mama am Muttertag doch das Frühstück ans Bett bringen, Mrs. Price. Und uns sind die Eier ausgegangen. Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Vielen Dank, Mrs. Price! Wirklich sehr nett von Ihnen. Na, hat Norman Sie heute morgen richtig verwöhnt? Oh nein! Ich glaube, mein kleiner Engel liegt noch im Bett. Aber Sie sollten heute ausschlafen. Ja! Norman sollte Ihnen Frühstück machen. Oh nein! Ist denn schon wieder Muttertag? Überraschung! Ein schönen Muttertag! Ach, mein Norman, du bist doch ein Goldstück. Von wegen. Aber das war doch nur eine Packung Cornflakes. Wie wär's, wenn ihr jetzt nach Hause geht? Ihr wolltet eurer Mutter doch Eier kochen. Und macht die Küche nicht so schmutzig. Und? Erwarten mich heute vielleicht noch mehr tolle Überraschungen, Norman? Ähm, nö. Das war's. Ich geh jetzt Skateboard fahren. Oh! Tut mir sehr leid, Sam. Aber das war wohl falscher Alarm. Mandy hat heute morgen Frühstück für Helen gemacht. Und Dad hat geholfen. Und ihm ist der Toast angebrannt. Angebrannt! Angebrannt! Ich hab nur vergessen, dass der Toast im Toaster war. Hat jemand Lust auf ein frisches Toast? Ich lass ihn auch nicht anbrennen. Nein, danke, Mike. Wir müssen zurück in die Wache, falls es einen echten Notfall gibt. Bis bald! Miau! Miau! Tut mir leid, Gwendoline. Keine Spur von einem blinden Passagier im Löschfahrzeug. Mit uns ist er also nicht zurückgekommen. Aber er muss doch irgendwo sein! Aber sicher, Gwendoline. Wir halten die Augen nach ihm auf. Er taucht sicher wieder auf. Stellt ihm doch was zu fressen raus. Tiger! Tiger! Mietz, Mietz! Komm, mein kleiner Rumtreiber! Tiger! 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 Wo steckst du? Das ist alles deine Schuld. Du hast gesagt, er würde sich nicht verlaufen. Und du hast gesagt, er würde nach Hause kommen. Ist er aber nicht. Ich hätte dir niemals glauben sollen. Ach, Sarah. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tiger ist schon oft weggelaufen. Und er ist immer zurückgekehrt. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wenn wir Glück haben, wartet er ja dort schon ganz ungeduldig auf uns. Ein Glückspfennig! Ein Glückspfennig! Ein Glückspfennig! Ein Glückspfennig! Ein Glückspfennig! Ich wünsche mir, dass mein Tiger zurückkommt. Tiger! Tiger! Mom, Mom! Es hat wirklich funktioniert! Tiger ist im Brunnen! Tiger? Schnell, Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Tiger im Brunnenschacht! Wendolinskater Tiger ist in den Brunnenschacht gefallen. Verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll den Geländewagen nehmen. Ganz bezaubernd, dass die Bergwacht bereit ist, auch einen Kater zu retten, Tom. Aber klar doch, die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht, Gwendoline. Da sind sie schon, Penny. Hallo Penny, hallo Sam. Hallo Tom. Hi Tom. Wenn er an den Strand gerät, kommt er aus eigener Kraft nicht wieder ins Wasser. Und das wäre wirklich schlimm. Wir müssen ihn mal unbedingt retten. Tom, Tom, es kennt sich ganz toll mit Tieren aus. Der kommt bestimmt, wenn du ihn anrufst. Kein Problem, ich bin schon auf dem Weg, Charlie. Der Wettbewerb ist jetzt vorbei, Kinder. Tom meint, das Walkalb hat seine Mutter verloren. Wir werden es also erstmal zurück ins Meer treiben und er sucht mit dem Hubschrauber nach seiner Mom. Oh, ich hoffe, wir finden seine Mom. Ja, ich auch. Aber wir müssen jetzt im Team arbeiten, okay? Zuerst müssen wir näher an die Küste ran, damit er nicht an den Strand schwimmt. Aber da sind ja so viele Felsen. Ist das nicht gefährlich, Dad? Deshalb müsst ihr mir auch helfen. Behaltet die Bootsseiten gut im Auge und sagt sofort Bescheid, wenn ihr einen Felsen im Wasser seht. Wir dürfen aber auch dem Walkalb nicht zu nahe kommen. Ich bin gleich bei euch. Da bin ich. Tja, nichts zu sehen. Es funktioniert! Es funktioniert! Das Walkalb schwimmt wieder ins offene Meer. Wann darf ich denn mal ans Steuer? Du musst jetzt nach Felsenausschau halten, Norman. Oh, hier links ist irgendwas, Dad. Ich meine, äh, Backbord. Äh, es ist riesig, aber ich bin nicht sicher, ob es ein Felsen ist. Könnte auch die Walmutter sein. Was machst du denn da? Ich sagte doch nein, Norman. Der Wal! Er hat uns gerammt! Oh, Norman, wieso hast du das nur getan? Ich wollte ihn einfangen, damit ich den Wettbewerb gewinne. Oh, oh, Dad! Es läuft Wasser ins Boot! Wir haben ein Leck! Das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Notsignal! Charlie muss vor den Schwierigkeiten stecken. Ich rufe lieber Feuerwehrmann Sam. Charlie ist mit seinem Boot in Seenot geraten? Oh, 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 oh! Komm mit, Penny! Alles klar! Eine Seenotrettung! Betreffendes Boot in der Bucht gehört dem Fischer Charlie. Und es sind möglicherweise Kinder an Bord. Dad! Was? Jetzt ist Norman dran. Er hatte den Eimer noch nie. Jetzt sammle ich mit Links noch viel mehr als Sarah und James zusammen. Ich glaube, dieser Eimer bringt überhaupt kein Glück. Aha! Au! Schade, dass wir heute keine Krebse sammeln, Norman. Warte, ich helfe dir. Die Muscheln kleben an den Felsen. Du kriegst sie leicht ab mit einer kleinen Drehung. Siehst du? Dad! James will ich meine Muscheln wegnehmen! So, ich gar nicht! Also jetzt ist es aber gut. Immer müsst ihr euch streiten. Dad! Dieser Eimer bringt mir ja tatsächlich Glück. Nur weil du all unsere Muscheln gekriegt hast. Das ist kein Wettkampf, versteht ihr? Denn nachher legen wir alle zusammen. Ich habe alles versucht, Sam. Aber er will nicht runterkommen. Armer Tiger. Vielleicht sollten wir die Rettungsschere einsetzen. Nein! Ihr dürft diesen armen, wehrlosen Baum doch nicht fällen. Was hat euch denn dieser freundliche Baum getan? Keine Angst, Gwendolyn. Wir fällen hier doch keine Bäume. Stell dir vor! Sieh mal, ich habe hier ganz viele. Das sind alles unsere. Ich bin eine Muschel-Pflückmaschine. Und hier sind noch mehr. Hey, lasst mir auch noch welche. Aber du hast doch schon längst Haufenweise. Wir beide legen zusammen. Genau. Ich werde mir eine super Stelle suchen mit ganz vielen Muscheln, sonst schnappen mir die Zwillinge noch alle weg. Hilfe! Weißt du, Elvis, unsere Rettungsschere ist ein großartiges Gerät. Aber sie ist nicht für jeden Einsatz geeignet. Echt doof. Na los, Norman! Zieh! Ich stecke fest. Wir müssen hier schnellstens weg. Die Flut kommt bald. Wir versuchen es nochmal. Zieh, Norman! Das war kein Bergadler. Den hast du nämlich bestimmt schon längst verscheucht, Norman. Habe ich gar nicht. Ich weiß, was ich tue, Mandy. Ab hier ist der Weg gesperrt, Norman. Gehen wir lieber zurück. Unsinn, Mandy. Sieh dich doch um. Der Weg ist völlig in Ordnung. Was ist denn mit Schnuffi los? Vielleicht wittert er ja Gefahr. Ach, jetzt hör auf, Mandy. Er ist nur ein Hund. Ein Rettungshund. Hol das Stöckchen, Schnuffi. Siehst du, Schnuffi findet auch, dass wir nicht weitergehen sollten. Aber Hunde können doch noch nicht mal lesen, Mandy. Ich weiß, was ich tue. Wir sehen schon früh genug, wenn der Weg unsicher wird. Komm schon. Hier finden wir den Adler bestimmt. Die haben ihren Nester gern an entlegenen Orten. Und jetzt flieg los, Kleiner. Och, was hast du denn, mein Kleiner? Du bist doch jetzt wieder ganz gesund. Also flieg zurück zu deinen Freunden. Los! Vielleicht hast du ihn so gut gefüttert, Tom. Hey! Eigentlich machte sich der Vogel ganz gut auf deinem Kopf, Tom. Hoppsen ist Känguru, nicht schon wieder. Tja, dem Piepmatz gefällt es hier eben, Tom. Denkt dran, die Bergwacht ist nicht nur für Menschen da. Hilfe! 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 Es hat keinen Zweck, Mandy. So weit draußen kann uns niemand hören. Und was ist mit Charlie? Der ist viel zu weit weg. So laut kannst du sicher nicht rufen. Hilfe! 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 Schnuffi? Aber wer ist da noch? Hilfe! Oh nein! Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Feuerwehrmann Sam, bitte! Also dann. Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen? Da kommt ein Notrufhauptfeuerwehrmann Stil. Na, hör damit! Hä? Helen und Penny in den Portipendi-Bergen vermisst? Sam, nimm Schnuffi mit! Ja, Sir. Komm, Schnuffi. Oh, und verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll mit dem Geländewagen zum Haus der Flots kommen. Klar wie Klärchen! Hopp, Schnuffi! Bei diesem Nebel haben wir nur eine Chance. Wir lassen Schnuffi an Helens Kleidung riechen. Dann wird er sie schnell aufspüren. Wo ungefähr sind Sie in den Portipendi-Bergen hingegangen? Äh, ich weiß nicht, Tom. So sehr ich es auch versuche, ich kann mich einfach nicht erinnern. Äh, äh. Oh, das müsste von Helen sein. Hier, Schnuffi, such Helen. Die Portipendi-Berge liegen in der Richtung, Sam. Ich weiß, wo führt er uns nur hin? Na nun! Ich hab nichts getan! Hallo, Schnuffi! Was machst du denn hier? Wir suchen Penny und deine Mom, Mandy. Ja, Schnuffi hat an der Bluse deiner Mutter geschnüffelt und uns direkt hergeführt. Das ist keine Bluse, sondern ein Kleid und gehört mir. Wie konntest du bloß Mams Sachen verwechseln, Dad? Aber ich weiß auch nicht. Ich wusste einfach nicht, wessen welche waren. Die gehört auf jeden Fall, Mom. Halt, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, wo die beiden hinwollten. Den Quellenweg und dann rauf zu den hohen Zinnen. Verflixt der Funkenflug. Nichts wie los. Komm, Schnuffi, das schaffst du's. Los, kommt alle hinterher! Schnuffi hat schon eine Spur. Such, Schnuffi! Hier sind wir! Helen! Oh, Mom! Alles in Ordnung? Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam.